und willkommen mein name ist an die vp und meiner mittel mario master und wir begrüßen euch zu mario kart für sich ja und jetzt mit dem ich ja meist der einzige wer jetzt hier ist also ja da ihre ist auch der einzige der gerade hier ist also fangen wir an mit ja wir haben big donut block fort double deck und skyscraper ich überlege alle welche noch mal am besten war ich die beiden block fort ist geil alle nacheinander big donut ok es gibt auch die fresse nur wie beide ja rote panzer oder ist er maß oder panzer und stirn na ja da sind weh dann schon wieder ein stern ja knapp sehen wie viel panzer da waren ja da war eine ganze menge ein ganzer hausen voll war irgendwie so einen falschen block macht mir irgendwie so viele wo das so klappt wir sind da mehr gut mit etwas kurzer wahrscheinlich mit etwas kürzer block fort let's go ja dann habe ich auch geliebt damals ja block fort geilster web überhaupt ich bin wichtig da sehe ich den roten panzer beidemann hat am tap ist aber das gestern legt dich nicht mit maß daran nur grünsdarm das ist eine karte ja auf der rechtsseite ist die karte wer du was gibt es ja so gerade noch bei gelb ich danke doppeldeck doppeldeck aber auch verdammt und die kram unsere wagen und wir sind hier fahren wir müssen es gehe ich töten nein da bin ich nicht nein nein Nein! So, wo bist du? Hat dich gesehen! Ich habe nur Glück geschossen. Na! Ehlen, das Sniper da oben! Oh shit! Oh shit! Nein! 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 Ich habe nur Glück geschossen. Nein! Ich dachte, irgendwann wird es in meinen falschen Block da irgendwo reinfahren. Nein! Ja, und dann kommt so. Okay. Skyskörper letzte Strecke. Kann man runterfallen. Das ist gut. Hi! Buh! Ja! Ah! 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 sollte sich nicht mit der nero anlegen wir das richtig wütend ist da war jetzt acht minuten aber ja gut es war acht minuten dort aber okay habe acht minuten war hat ja warum nicht wo soll man alle noch mal einmal er kann machen machen das geist körper noch mal okay ich habe ja noch alle noch einmal ja ja gut das können auch alle noch mal noch mal machen was hat denn das ich habe keine ahnung wie das passieren konnte da wird abklingt irgendwann bist du da habe ich habe ein spielmodi gefunden ja okay dann big donut als nächstes nein machst du wenn naja du bist durch mit durch den letzten moment da habe ich gesehen aber ich habe irgendwo ein falsches passiert ich weiß nicht mehr wo der ist ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin bist du hin ich glaube ich habe den falschen gefunden ist nicht da reingefahren ich habe ich ja ich habe die green chef verloren dadurch ich verfolge mich nicht wir müssen sowieso eine zweimal gewinnt dann müssen wir eine bonusrunde machen weil dann sind wir beide auf vier ja stimmt dann let's go eigentlich wäre gut machen wir blockvoll als letztes ich verliere sogar wacht davon ja klar bewaffnet und gefährlich aber aber okay 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 naja aber wenn du stück you can't run forever you're back leave us i'll get you so viel panzer auf einmal ja jetzt entscheidet sich als blog fort war was wir jetzt passieren werde ich jetzt gewinnt da müssen wir eine bonusrunde machen auf nach fortbrühen auf nach fort rot wobei ich eigentlich muss ich nach fort blau das ist mein fort meins direkt von hier da warum wo bist du sag nein das ist ein leuchten nein also so viele bananen in ein port hat er voll und sicher ist blau mein fort und es gar nicht mehr fort überhaupt gar keine roten panzei doch noch hat es sehr selten bist du ich habe fachst du sammeln Ja! Nein! Nein! mit mitnehmen aber wirst du also mein stil das hatte ich hatte ganz liegen ja jetzt haben wir zu viel was machen wir jetzt wir machen dann noch mal und zwar hier ok match point auch mal ich hab doch voll spät raus aus meinem fort mein fort erobere ich jetzt das grüne fort und dann das gelbe fort und dann das rote fort er wird mich auf den armen hat sich gerade selbst getroffen ja was ist denn was ist denn los aber armann bist du da und kanonisch was klingt ja klar ja ja was los willst du etwa nicht mit mir spielen weißt du bist da unten nein so gelacht wird jetzt auf dieser banane ausgerutscht wäre ich auch ich habe gewonnen ja das war's mit mario cut 64 ja es war ein kurzes projekt aber es hat spaß gemacht ja ja gut dann bis zum des bis zu einem anderen let's play ja 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 ja